Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Roger & Clank A Quack in Time. Wir befinden uns nun an der Stelle, wo wir in dem Arenaplex alles erledigt haben. Und in den Moden im Groben und Ganzen, neben hier, dort und dort, weil es wird hier alles ganz schön angezeigt, sehe ich, ohja, da fehlt so ein bisschen mehr. Da könnte man ganz vieles einsammeln. Aber das hebe ich mir vielleicht, vielleicht auch nicht, für irgendwann mal auf. Aber ich möchte endlich mal ein bisschen gucken, wie die Story so weitergeht. Und Captain Quack ist ja eh schon ein großes Problem und deswegen fliegen wir wieder in den richtigen Sektor hinein. So, ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich irgendwie noch eine Barriere irgendwie, äh, hat bestimmt Doktor Nefarius. Eintritt in Beliebsektor. Würde mich sonst arg überraschen. Haha. Eintritt in Beliebsektor. So. Falsche Richtung. Und nun Vollgas. Also, das ist doch dieser, das ist doch ein Schutzschild. Eindeutig. Äh. Wie war das denn noch? Ah, okay. Ich verstehe. Leute. Easy. Wenn man weiß, was sie von einem wollen. Haha. Rein da. Und landen. Wenden. Das war ja einfach. Haha. Dr. Nefarius Verrat war er folglich und die Ovus Kammer ist geöffnet und einsatzbereit. Jetzt kann er sie für seine Zwecke missbrauchen. Allerdings weiß er nicht, dass sein Plan, die Zeit zu erschüttern, nicht gut ist. Für die Zeit. Haha. Ratchet, bitte kommen. Ich bin hier auf einem Asteroiden in der Nähe gelandet. Komm so schnell wie möglich her. Ich habe Captain Quarks Position errechnet. Speise sie dir in die Navi-Einheit ein. Oh, ist das einfach wieder schön. Captain, äh, Captain Quark einmal ist da. Dann haben wir das Ding da. Und Clank ist wieder bei uns. Achja, das erinnert mich alles an Ratchet und Clank Draht. Bestes Spiel. So. Munition ist wieder alles fitti. Es ist halt so, jetzt müssten wir halt gucken, mit Level 5 waren, ne? Das Ding könnte echt noch die 5 erreichen. Sniper eigentlich auch. Aber es kommt hier wahrscheinlich erstmal wieder so ein Kleinvieh. Die Waffe ist halt dumm. Der bessert dann noch Eddie. Oder den Dynamo. Komm, was soll's. Was soll der Geiz? Theoretisch können wir sogar noch die Zeit, die das meint. Oh Gott, ich hätte die Zeit stoppen können mit dem Gladiatoren-Ding. Das fällt mir grad ein. Oh, boi. Das wäre so viel einfacher wahrscheinlich gewesen. Das ist gemein. Dass wir die nicht kaufen dürfen. Ist das erst nach dem? Spaltinduktor 5000. Was das? Der Spaltinduktor 5000 ist der letzte Schrei in Sachen Tod durch interdimensionales Wesen. Das Wesen, von den Ingenieuren Fred getauft, mag Mondlichtspaziergänge am Strand lesen und das unbarmherzige Auslöschen ahnungsloser Feinde. Schaut mal her. Fred muss hungrig sein. Der Spaltinduktor 5000, erhältlich nur bei Grummelnet. Der Spaltinduktor 5000, der dieselbe Technologie ist vom Material verändert und verwendet wie der Dimensionator. Er zeigt einen interdimensionalen Kreatur, die sich vom Feind in die Nähe ernährt. Joklörne, das kaufen wir. Wenn einer fragt, wir kennen uns nicht. Vollgetankt, Chef. Vorzugskunde. Ich glaub, dass ich so viel gekauft habe. Oder sogar eine Goldtrophäe. Nice. Gut, aber jetzt auch nicht die schwerste Goldtrophäe. Kann ich jetzt? Nö. Okay. Jetzt geh ich aber wirklich kurz mal in Vorbereitungs-Dings hier. So. Wo ist die neue Waffe? Wo ist die neue Waffe? Wie sieht die aus? So sieht sie aus. Schnell aufs Wahl. Was pushen wir denn da jetzt? Aber wir haben allgemein... Ja Gott, dann lass sie erstmal da sein. Die hat wahrscheinlich super wenig Schuss. Er hat drei Stück. Und wir haben ja immer noch den Chimpomat. Da können wir mal gegen so ein paar kleine ausprobieren. Hier, du sein kleiner Affe. Hier, du sein kleiner Affe. Hier, du sein kleiner Affe. Oh, bist du süß, Mann. Anders, als ich gedacht habe. Aber der ist süß. Äh... Da, 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 da. Kleiner Affe. Äh... Nein! Weiß der etwa, was ich vorhabe? Affe! Bleib stehen! Okay, das war's. Hallo, ist hier... Hier sind Bowls. Umherfliegen. Ja, okay. Das nehme ich auch mit. Schubdup. Konstruktor-Waffen-Modifikation. Querschläger. Welche Waffe ist denn das nochmal? Ach, das ist die Dödelwaffe. Die Dödelwaffe. Äh... Muss ich von den Munitionen vom Wenden abprallen und so noch mehr Schaden anrichten. Ja, könnte ganz nett sein. Ja... Ja... Oh lol, dann fehlt uns ja nur ein Konstruktor-Dings. Den hätten wir alle. Einen muss ich dann übersehen haben. Welcher Weg... Welcher Weg ist der richtige? Warum sind hier so viele Sachen? Wir wollen nach... Da rechts ist ein Rennen. Warum ist da ein Rennen? Oh, Leute. Ich wollte ja das machen. Gucken wir mal nach da eben. Alles klar, kleine Gegner. Unser Stiesel. Das ist die größte Kampfflatform, die ich jemals erlebt habe. Hehehehe. Das tut weh. Alles klar, gibt, oder? Oh, da war's noch. Oh, wow. Bin ich grad schlecht. Transporter benutzen Jetzt bin ich da Der andere Weg wäre der auch Oh, der auf dem anderen Weg ist ein Zonio Ne Also kurz zurück Und wir holen eben den Zonio Schnell ab Auch wenn es nicht alle sind Aber so viel wie es geht Nach vorne mit dir, Red Shit Yeah Oder? Ja Dieser Zoni sagt mir Da lang Haben wir irgendwann mal ein Item gekriegt Was es jetzt ermöglicht alles anzuzeigen Oder konnte ich das schon immer sehen Nee, nicht immer, aber Irgendwann anscheinend Habe ich irgendwie voll verdüdelt Verdüdelt Huh Okay, hier ist es krass still Wie im Weltall, sozusagen Diese Plattformen sehen nicht gut aus Hallo, kleiner Mann Ich Den Dimensionator und Tings dafür benutzen Reiner Overkill So Wir wollen Wir wollen da So kann man auch easy Um die Saugerschnobbe Wir müssen das Zeug nämlich abkühlen Easy Ich dachte gerade kommen die da alles aus der Hitze raus Ich dachte gerade kommen die da alles aus der Hitze raus Sind sie nach unten verpackt? Nehmen die doch? Leute 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 Okay Egal Abkühlen Und dann nehmen wir Das wieder Schwingt der Ding Okay Der Sony ist ein bisschen krasser bewacht Ja, Sony, Mann Du bist ja krass beschützt Das ist ja absurd Natürlich cool, wenn das der letzte Sony ist Indem man einen sammelt So als Momentum Damit kann ich leider nicht dienen Äh Gegner Aber jetzt kann ich mal dieses Dimensionator Oh nice Ist das Ding cool, Mann Oh das Ding Das kannst du sogar aufleveln Ja, Mann Ess sie Ess sie alle Okay Das große Ding kann er anscheinend nicht Komischen Laser abgefeuert Easy Levelt das Ding jetzt oder Habe ich mich da jetzt getäuscht Das scheint wie ein Levelbike zu sein Zum Beispiel der Affe Der hat zum Beispiel kein Levelbike Zeit anhalten Vergesse ich auch immer Immer noch So Waffe verändert Bisschen fürs Entrosten Wofür? Ach da Alter, ist ja nett Dass sie mir uns sogar den Weg da so geben War klar Dann machen wir mal eben Das Ding hier aus Und dann ist alles cool Der Sony haut instant ab Why, dude? Why? Ja, mehr wie Du mich auch Hui Ist er da jetzt? Moment Ist er jetzt stecken geblieben? Der ist ernsthaft steck geblieben? Was ist das? Ich will dich so niemals Was? Was ist da los? Ah Mr. Sony-Man Find ich nicht cool Ich spuck dich an Kann ich den irgendwie wegsch- Auf so, blut, 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 blut Ach stimmt, das Öl, ne? Der Sony ist verpackt Vielleicht ist er dann an der richtigen Stelle? Ich darf alle What? What für Schlüssel ist das denn? Okay Wir sehen uns gleich an der gleichen Stelle nochmal So Da sind wir wieder Es ist sogar die Musik da Die Musik war sogar fehlerhaft Und nun flieht der Sony Again Und wir versuchen ihn rechtzeitig einzuschnabbeln Bevor er wieder Oh shit Das sollte nicht dieses Turbo-Ding anmachen Ich kann noch nie mal schnell genug sein Der muss da langfliegen Aber jetzt fliegt er aus Der hat Mit zu großen Bogen gemacht So, Sony Reiner mit dir Und schön die Klappe halten Cool Das War das Und nun Kommt er wirklich hier lang Willst du Waffen kaufen? Ich hab mich auch schon gewundert Mit der Musik und allem Aber Naja Manchmal denkt man ja Hey, vielleicht ist das ja so richtig Das ist nicht gerade der Das ist der absolute Overkill Nam 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 Disco nam nam Disco nam Disco nam Disco So Haben wir alles platt gemacht So ne mal richtige Disco Musik Alles klar Das ist das Nun können wir dich hier noch ein bisschen aufräumen Oh, die Waffe kriegt ja plötzlich fast ein Level ab Die Waffe hat ein Level ab Das hätte ich niemals mehr gedacht Die Mega Constructo Pistole Aber es gibt kein Kommentator oder irgendwas Okay Dann Dann nicht Dann halt nicht So Machen wir die kleinen Gegner weg Und auch den großen Gegner weg Dann gibt es noch ein Level ab Würde ich sagen Nice Stufe 4 auch hierfür Und ganz viele Bowls Boom Das machen wir weg Das machen wir weg Und dann schwingen wir mal hier rüber Wuhu Komm hier Gegner Leute, hier kommen keine Gegner Karte gucken Gibt es mehr Wege Nope Dann geht es hier rüber Und hier rüber Und hier rüber Und hier rüber Und hier rüber Ich will ihn anhalten Für die Bonus Punkte Okay Nice Schwupp Ich habe hier eh voll Angst Ja, aber okay Rüber Links, rechts Squad auf Und dann kommen die Gegner Ich bin ein bisschen Tesla Bisschen Tesla Wir Keine Ahnung Ist nicht so Nicht so gut Erwischt nicht wirklich jeden Infiltrieren So Das, was wir Wollt ihr denn infiltrieren So Auge juckt Auge juckt Ich kann nix sehen Ich kann nix sehen Ich muss pausieren Oh Gott Oh Gott Was mache ich Was mache ich los Damit Was heißt Oh Gott Das sind ja diese Ekligen Dinger Hier passiert mir gerade zu viel Ich nehme euch gefangen Oh Das hält ja lang Red Seth Wo bist du Ich kann nicht die ganze Nacht warten Also Ich könnte schon Aber wer will das schon Mir gibt's kein Fernsehen So Ich habe dort noch dein Internet Guckt doch Bis was auf YouTube läuft Oder Galaxy Tube Oder wie es immer Wo ich hier ist Oh Oh cool Das Hey Hey da bist du ja Willkommen zurück Kleiner Bin ich froh Dass du hier bist Der Typ da drüben Ein schrecklicher Helfer Manche Leute nehmen unseren Beruf einfach nicht ernst Hey Ich sehe jedenfalls nicht tatenlos zu Wie alle in den sicheren Tod marschieren Tatenlos zusehen Und dieses Baby hier einfach vergeuden Eine dieser coolen Rauchbomben Wie Spione sie benutzen Du weißt schon um schnell und elegant zu entkommen Ach vergiss es Hier Mein obergenialster idiotensicherster Plan Die Nefarius Raumstation Eine undurchdringliche Festung Voller Gefahren Und Fenster Mit weiblicher List konnte ich das Reinigungspersonal überzeugen Den Abfallschacht des Südflügels zeitweilig umzuleiten Hier werden wir hineinkommen Sind die Bewegungssensoren deaktiviert Sollten wir leicht in den Südflügel gelangen Qualifiziert durch meine acht Jahre Highschool Theater Workshop Werde ich undercover agieren als liebliche Schelle Mein Job ist es euch hierher zu eskortieren Upsa das ist ein Urlaubsfoto von der Single Party im Magda Resort Ja wie kommt das denn da rein Ich eskortiere euch hierher Zu diesem praktischerweise offenliegenden Hitzeablass Dann werden wir durch Freiübungen unser Körperfett reduzieren Bis wir locker durch den Ablass passen Vielleicht sollte ich mich um diesen Teil der Mission kümmern Klar das klingt effektiver Also der Ablass führt direkt zu Nefarius Privatquartieren Mit dem Gigamorphen Holostrahl kannst du ihn scannen Und eine Holo Verkleidung für Ratchet erzeugen Mit aktivierter Verkleidung kommen wir leicht an den Wachen vorbei Und in die Leitzentrale Wo wir mit dem Hauptsicherheitsterminal jedes angedockte Schiff der Flotte atomisieren Wenn Nefarius wie eine Ratte gefangen und die Uhr sicher ist Kontaktieren wir die galaktischen Behörden Damit ich mich in ihrer ungeteilten Bewunderung bahn kann Okay ich muss einfach fragen Wozu die Schwesterntracht? Genial nicht wahr? Das ist ein raffiniertes Täuschungsmanöver Es besteht hauptsächlich aus Hüften schwingen und Kulleraugen machen Naja weiß steht hier echt gut Oh danke ich war schon immer eher der Wintertyp Alles klar Da wären wir Die letzte Machtprobe zwischen Gut und Böse Cool Und was Captain Quark da sonst noch so sagt Und was wir jetzt auf diese Mission Es ist halt echt wie Ratchet und Clank 3 Super nice Alles klar Es ist aber schon zu spät So viel Zeit vergangen Und das ist die nächste Folge vorbei Und in der nächsten Folge infiltrieren wir diesen krassen Plan Und das wird alles genauso perfekt funktionieren Oh yeah bui ich bin hier von Zavex Und das war Ratchet und Clank Äh quäcke time Ich bin ein Russ Tschüss Sikowski Ciao 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 Ciao